So, jetzt muss das vergehen, ja doch, freilich. So, erstmal hallo zusammen, wir haben noch kleine technische Probleme, warte mal, live chat, wir müssen das Ding noch drehen, warte mal ehrlich, wir müssen das drehen, aber ich weiß noch nicht, warum wir es nicht drehen können, warum können wir es noch nicht drehen? Vielen Dank.